Monika Baumgartner, geboren am 19. Juli 1951 in München, war eine herausragende deutsche Volksschauspielerin und Theaterregisseurin, deren Talent und Hingabe die deutsche Unterhaltungslandschaft über Jahrzehnte hinweg geprägt haben. Mit ihrer unverwechselbaren Präsenz und ihrem außergewöhnlichen schauspielerischen Können hat sie sich einen festen Platz in den Herzen von Millionen von Zuschauern erobert und sich als eine der angesehensten Persönlichkeiten an der deutschen Theater und für ihre Karriere begann bereits in jungen Jahren, als sie ihre Leidenschaft für die Schauspielerei entdeckte. Nachdem sie ihre Ausbildung abgeschlossen hatte, trat sie zunächst am Theater auf und erlangte schnell Anerkennung für ihre beeindruckenden Bühnenpräsenz und ihre überzeugenden Darstellungen verschiedener Rollen. Ihren Durchbruch im Film feierte Baumgartner mit herausragenden Auftritten in einer Vielzahl von Produktionen, sowohl in Fernsehfilmen als auch auf der Kinoleinwand. Ihre Fähigkeit, sich in unterschiedlichste Charaktere einzufühlen und diese mit Leben zu füllen, machte sie zu einer gefragten Schauspielerin, die sowohl in dramatischen als auch in komödiantischen Rollen überzeugt. Als Theaterregisseurin hinterließ Monika Baumgartner ebenfalls ihre Spuren und trug dazu bei, das deutsche Theater zu bereichern und zu beleben. Ihre Inszenierungen waren geprägt von Einfallsreichtum, Leidenschaft und einem tiefen Verständnis für die Kunst des Theaters. Baumgartners Vermächtnis reicht jedoch weit über ihre professionellen Erfolge hinaus. Sie war nicht nur eine talentierte Künstlerin, sondern auch eine warmherzige und engagierte Persönlichkeit, die sich für soziale und kulturelle Belange einsetzte und damit das Leben vieler Menschen bereicherte. Monika Baumgartner wurde als Tochter der Buchhalterin Gertrud Baumgartner, geboren im Jahr 1927 oder 1928, und des Postbeamten Friedrich Baumgartner in München geboren. Sie wuchs zusammen mit ihrer Schwester und ihrem Bruder auf und wurde von ihren Eltern in einer liebevollen und unterstützenden Umgebung aufgezogen. Die familiäre Atmosphäre und die Werte, die sie von ihren Eltern vermittelt bekam, prägten Monika Baumgartner und bildeten die Grundlage für ihr späteres Leben und ihre Karriere. Ihre Eltern ermutigten sie, ihre Leidenschaft für die Schauspielerei zu verfolgen, und unterstützten sie auf ihrem Weg zum Erfolg. Monika Baumgartner hat viel von ihrer Familien gelernt und ist dankbar für die Unterstützung und die Liebe, die sie während ihrer gesamten Lebensreise erfahren durfte. Ihre Familie spielte eine wichtige Rolle in ihrem Leben und stand ihr in allen Höhen und Tiefen zur Seite. Nach ihrer Ausbildung an der renommierten Otto-Falken-Berg-Schule von 1969 bis 1972 begann Monika Baumgartner ihre Theaterkarriere. Ihr erstes Engagement trat sie 1973 am Nationaltheater Mannheim an, wo sie sofort mit ihrer beeindruckenden Darstellungskunst Aufmerksamkeit erregte. Dort brillierte sie in verschiedenen Rollen, darunter Polly in die Drei Groschenoper, Hermia in ein Sommernachtstraum, Christopherlein einen Jux will er sich machen und im Jahr 1978 wechselte Baumgartner an das renommierte Hamburger Thalia Theater unter der Leitung von Beugobert. Dort konnte sie ihr Talent weiter entfalten und ihr breites schauspielerisches Spektrum unter Beweis stellen. Ihr Debüt am Thalia Theater gab sie als Simba in der Marquis von Kies. Von 1983 bis 1986 war Baumgartner Ensemble Mitglied an den Münchner Kammer spielen, einem der renommiertesten Theater in Deutschland. Dort arbeitete sie eng mit dem angesehenen Regisseur Franz Xaver Krotz zusammen und spielte in seinen Werken Nicht Fisch Nicht Fleisch, 1983, die Rolle der Helga und in der Uraufführung von Bauern sterben, 1985, die Rolle der Tochter. Krotz Stücke waren bekannt für ihre realistische Darstellung des einfachen Lebens und seiner Herausforderungen, und Baumgartner überzeugte das Publikum mit ihrer authentischen Darstellungskunst und ihrem Team. Die Theaterengagements von Monika Baumgartner prägten ihre Karriere und festigten ihren Ruf als eine der führenden Volksschauspielerinnen Deutschlands. Ihre eindrucksvollen Auftritte auf der Bühne werden noch lange in Erinnerung bleiben und ihr Vermächtnis als herausragende Theaterkünstlerin weiterleben. Die Nachricht vom plötzlichen Ableben der talentierten Schauspielerin Monika Baumgartner hat die Herzen ihrer Fans und Kollegen zutiefst erschüttert und in tiefe Trauer gestürzt. Mit ihrem außergewöhnlichen schauspielerischen Talent und ihrer warmen Ausstrahlung hat sie über viele Jahre hinweg die Herzen der Zuschauer berührt und sich als eine der angesehensten Persönlichkeiten in der deutschsprachigen Unterhaltungsbranche. Monika Baumgartner war nicht nur eine herausragende Schauspielerin, sondern auch eine inspirierende Persönlichkeit, die mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement viele Menschen erreicht und beeinflusst hat. Ihr Vermächtnis reicht weit über ihre Rollen auf der Bühne und vor der Kamera hinaus und wird noch lange Zeit in Erinnerung bleiben. Ihr Tod hinterlässt eine große Lücke in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft und ihr Einfluss wird auch weiterhin in den Werken und den Herzen der Menschen weiterleben, die von ihrer Kunst berührt wurden. In dieser Zeit der Trauer und des Abschieds sollten wir uns daran erinnern, die außergewöhnliche Karriere und das Vermächtnis von Monika Baumgartner zu würdigen und zu feiern. Auf Wiedersehen, Monika Baumgartner! Möge ihr Erbe als Schauspielerin und als Mensch, der mit Herz und Seele für seine Überzeugungen einstand, weiterleben und als Quelle der Inspiration für zukünftige Generationen dienen. Das furchtbar war und hab dir deine Puppen immer kaputt gemacht oder irgendwas, weil ich ja immer mit den Jungs gespielt hab und trau dir mit Puppen und das weiß ich noch. Oder deine Schuhe hab ich kaputt gemacht, die hab ich mir ausgeliehen, die du von deinem ersten Geld gekriegt hast. Da bin ich im Deutschen Theater die Treppen runtergefallen damit und hab ihr das nicht gesagt. Sechs, weiß ich noch, so beige Schuhe mit sechskant hohen Absatz und die hab ich dann beide ruiniert und lauter so Sachen hab ich gemacht. Also ich war, glaub ich, ganz eine furchtbare Schwester. War sie so? Also so ganz furchtbar war's nicht, aber sie war schon, äh, es war nicht immer einfach, sag jetzt einfach mal. Aber ich denk, dass ich ja eher vom Naturell eher ein bisschen ruhiger bin und eher ein bisschen geduldiger bin, da hat das dann schon hingekriegt. Ich glaub's nicht, zu viele Konfrontationen und Meinungsverschiedenheiten. In ihrer Jugend verbringen sie viel Zeit miteinander. Sie tanzen gerne und sind aktiv in der Mosacher Prinzengarde. Dort zieht sich Monika eine Verletzung zu, über die sie sich zunächst keine Gedanken macht. Wir sind uns auch noch heute sehr nah und oft haben wir zur selben Zeit eine Hörer in der Hand und rufen uns an oder sind auch beide mal zur selben Zeit die Treppen runtergefallen, trauen die hier, ich in Hamburg. Ja, jetzt vor kurzem war er interessant, da ist von meinem Kühlschrank das Scharnier kaputt gegangen, hab ich noch nie gehabt. In den Jahren, ich telefoniere mich mit meiner Schwester, sag dir, von mir ist auch das Kühlschrank Scharnier kaputt. Mein Kühlschrank Scharnier ist kaputt, die wäre wahnsinnig. Die Tür schließt nicht mehr von allein. Es ist wirklich unglaublich, weil das eine hab ich auch noch nie gehabt und du auch nicht. Und dauernd piepst mein Kühlschrank, weil dieses Scharnier nicht mehr schließt. Und das kann man auch nicht ölen oder da kann man auch nichts machen, das muss man austauschen. Aber da ist die Feder kaputt, genau. Aber dass wir beide parallel ein kaputtes Kühlschrank Scharnier haben, ist wirklich auch sehr komisch. Schon im Grundschulalter entdeckt Monika ihre Liebe zum Theater.